Sind Sie okay? Brauche was zu Ihnen. Ich kann Sie nicht verstehen. Was fehlt Ihnen? Brauche was zu Ihnen. Ist zufällig ein Alkoholiker anwesend? Also, ich bin Gelegenheitssäufer. Kann ich vielleicht helfen? Naja, vielleicht. Was sagt der Mann? Also, brauche was zu Ihnen. Und? Der braucht was zu trinken, der Mann. Der braucht was zu trinken. Ein Bourbon. Besorg mal eine Flasche Bourbon. Fragen Sie ihn, wie das passiert ist. Wie ist das passiert? Besoffen. Und? Ja, das besoffen Fahrrad gefahren. Hallo?